Hoho, haha! Herzlich Willkommen bei meinem Podcast, die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge. Let's talk about death, baby. Oh je, das TH, das war schon immer ein Sprachproblem für mich. Let's talk about death, baby. So die Einladung von Verena Brunnbauer und Nicole Honeck. Heiter über den Tod plaudern und das an einer Sargbar? Du kennst bestimmt den Leichenschmaus, bei dem nicht nur Kaffee getrunken wird, sondern sicherlich auch durchaus der eine oder andere Schnaps die Kehle runterrinnt. Von dem einen verpönt, von anderen wohl geschätzt. Und die mobile Sargbar? Was findet dort statt? Serena Brunnbauer und Nicole Honeck haben dieses Kunstobjekt ins Leben gerufen. Die Verbindung von Tod und Leben. Sprachlosigkeit findet Worte. Tabus werden aufgeweicht. Der Schrecken vor dem Tod wird gemindert. Und die bewusste Freude am Leben verstärkt. Death Positiv, Reisebegleitung, Trauer und Lebenskultur. Das gehört zu Verena und Nicole. Ich freue mich sehr, in meinem Podcast die Kraft des Lachens Verena Brunnbauer und Nicole Honeck begrüßen zu können. Liebe Verena, liebe Nicole, herzlich willkommen in meinem Podcast die Kraft des Lachens. Bitte stellt euch doch erstmal unseren HörerInnen vor. Hallo, also ich bin Nicole. Übrigens sehr nett und danke für die Einladung. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Sehr gerne, schön, dass ihr da seid. Genau, also ich bin wie gesagt Nicole. Ich habe ursprünglich mal Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert, bin dann über die Sozialarbeit eigentlich in den Kulturbereich geraten, weil ich finde, dass Kunst und Kultur beinhalten, dass man Themen, auch unangenehme Themen oder die gesellschaftlich relevant sind, die nicht so gerne angesprochen werden, neue Perspektiven darauf offenbaren. Und eigentlich kennen Verena und ich uns ja schon seit dem Studium. Genau. Hallo, mein Name ist Verena. Und genau, ich habe auch Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und habe zur damaligen Zeit noch Leistungssport gemacht, Sperrwerfen. Und bin dadurch zur Bestattung gekommen, bin dort auch hängen geblieben. Ja, und dann haben wir uns wieder getroffen. Aber das sprechen wir dann eh noch über den Podcast auch. So kurz die Lebensgeschichte. Genau, dann haben wir quasi unsere Schnittstelle entdeckt, sozusagen Kunst und Kultur mit dem Thema Tod und Vergänglichkeit zu verbinden. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie man vom Sperrwurf zum Bestatter kommt. Du sagst das so, als wäre das so ganz die Folge, richtige Folge. Ja, das stimmt. Das hatte eigentlich nur eine pragmatische Funktion, weil ich habe gerade Diplomarbeit geschrieben und habe einen Job gesucht, was man super vereinen kann mit Training und Schreiben. Und es war eine Anzeige und da wird Konduktpersonal gesucht. Also dieses Personal, das halt am Sarg mitgeht, das Kreuz trägt, am Friedhof halt mithilft. Und da dachte ich mir, ach, das ist praktisch. Vormittags ein bisschen bestatten und nachmittags das andere machen. Aber das Interesse war schon immer da für das Thema. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht, wirklich, dass ich eigentlich dort dann hängen geblieben bin. Ja, man hört schon an deiner Art und Weise, wie du das erzählst, morgens ein bisschen bestatten. Dass du da total entspannt mit umgehst, mit einem Thema, was manche ja kaum sich wagen auszusprechen. Aber darum geht es ja auch. Ihr habt eine andere Art und Weise gefunden. Art und Weise fällt mir gerade das erste Mal auf, da steckt ja auch Kunst drin. Art, Art und Weise. Stimmt. Cool, wenn man so mal drüber spricht. Let's talk about. Ja, also ihr habt jetzt ja ganz knapp beschrieben, wer ihr seid, woher ihr kommt. Interessant finde ich, so ihr habt es ja eben schon angedeutet, wie kommt jetzt Kunst und Bestattung zusammen? Ja, da kann man sagen, dass ich während der Bestattung halt schon schnell festgestellt habe, dass ich halt etwas gern anders machen würde und die Leute eben mehr integrieren würde auch in die Bestattung. Aber auch generell halt, das war ja 2005 schon, wo ich angefangen habe bei der Bestattung und alles halt in Österreich sehr römisch-katholisch geprägt, eher noch sehr verstaubt und über den Tod ja nicht sprechen. Und wollte da schon immer irgendwie etwas auflockern, das Schaufenster moderner gestalten vom Bestatter halt auch und das aber auch mit Kunst oder Kultur verbinden. Eben so eine andere niederschwelligere Zugangsweise halt vielleicht zu dem Thema auch. Und habe zu Nicole schon immer gesagt, das müssen wir mal machen gemeinsam. Und da haben wir uns auch nicht so gefunden, so wirklich. Und genau, also wir konnten uns jetzt auch nicht vorstellen, so wirklich gemeinsam vielleicht zu arbeiten. Aber so war schon meine Grundidee damals, so das Thema so reinzubringen. Habe auch damals schon mal angefangen, eine Facebook-Seite für den Bestatter zu machen, eine neue Homepage. Da kommt das Studium dann wieder zugute und habe dann halt auch immer schon so Sachen gepostet, halt über Kunstausstellungen, die sich mit dem Thema verknüpfen. Und erstaunlicherweise, das kam total gut an auch bei den Menschen. Also das haben sie gern gelesen und waren begeistert. Und man muss aber auch sagen, auch diese Hemmschwelle, also wir haben auch Freunde, die dann damals immer meinten, oh, wir finden eure Berichte total toll auf Facebook, aber liken traue ich mich die nicht. Ja, genau. Da hat man schon gemerkt, okay, es muss mehr Aufklärungsarbeit auch her. Ah, weißt du, was du gerade sagst? Das ist witzig, weil wir sind ja trotzdem unterschiedliche Entwicklungswege, sage ich jetzt mal, gegangen. Ich bin dann eher im Kulturbereich hängen geblieben und habe in der Nähe von Linz auch dort eine GmbH geleitet und wir hatten auch eine Galerie. Aber trotz allem, also unsere gemeinsame Selbstständigkeit hat definitiv reifen müssen, aber mir fällt gerade auf, wir haben schon damals eine Ausstellung eigentlich trotzdem gemeinsam kreiert. Es war eine Künstlerin aus Japan, Miyoko Ogaki, die sich sehr mit der Transzendenz sozusagen vom Übergang auseinandersetzt. Und das ist eigentlich, ja, fällt mir das jetzt erst auf, dass es da schon langsam angefangen hat. Und dann hast du ja auch, also diese ganzen Fragen, die Leute auch vor dir hatten, wenn sie bei dir saßen im Bestattungsbüro oder sowas, hast du dann gedacht, irgendwie braucht es da mehr und braucht es da was, was man festhalten kann. Und dann hast du dieses Kartenspiel angedacht. Und dieses Kartenspiel wurde dann das erste Mal sozusagen finanziert im Kunstfestival im öffentlichen Raum bei der Leon Art, was wiederum ich sozusagen mit ausgerichtet habe. Es war Publikumswahl, also es war nicht geschoben, die Partie oder so. Genau, und so haben wir dann eigentlich unseren Weg so richtig zusammengefunden. Und der Zeitpunkt, dass wir das vor zwei Jahren gestartet haben, war einfach toll. Also wir haben das dann auch noch mit einem eigentlich Initiationsprojekt gestartet am 8.8. Das ist ja der Momento-Tag, wo man sich so oder so an den Tod sozusagen erinnern soll und wieder mehr ins Leben holen soll. Da haben wir quasi ein relativ großes Projekt unter dem Titel Streetart und Vergänglichkeit am St. Barbara Friedhof in Linz gehabt. Genau, das war eigentlich unser kleines Kick-Off. Ja, das hört sich spannend an. Ja, nochmal wichtig, was du eben gesagt hast. Ihr kommt aus Österreich. Da ist sicherlich das auch nochmal anders, vielleicht jetzt als bei uns hier in Deutschland. Könnte ich mir schon vorstellen, dass es da Unterschiede gibt. Ihr habt eben nochmal gesagt, Erz-Katholisch spielt auch eine Rolle, wie man gerade mit dieser Thematik umgeht. Wie man da dran kratzen darf oder wo man schon wieder für Rüge bekommt, was man sich traut und wagt. Was meint ihr dazu? Ja, total. Also auch als ich angefangen habe bei der Bestattung, also man kann immer sagen, mein Chef, der damalige, ist leider auch schon verstorben, ganz jung. Aber er war eigentlich zurückblickend total innovativ, weil damals war er, wollte, dass nur Frauen am Sarg gehen. Also er hatte Frauen schon einfach in der Bestattung auch integriert, also nicht im Büro, sondern auch draußen. Das war so sein einmaliges, wie sagt man da, USB kann man sagen. Und ich war dann auch so die erste Arrangeurin damals mit 25. Und das kam natürlich am Anfang bei jedem Pfarrer nicht so gut an, bis ich immer klärt habe, mal einem Pfarrer, naja, wir können jetzt entweder sie sprechen mit mir oder wir machen halt kein Begräbnis. Und dann war aber doch, dass die dann schon auch offen waren. Also es gab ganz wenige, die halt vielleicht das nicht so wollten. Aber im Prinzip wollten die eh auch etwas Neues reinbringen. Und es braucht halt immer alles so, wenn du Strukturen aufbrechen willst. Es braucht halt einfach auch. Ja, und wir sind trotzdem halt sehr römisch-katholisch geprägt. Und wir merken das jetzt halt auch. Es bricht halt jetzt langsam auf oder es wird schon normaler, dass man keinen Pfarrer nimmt, dass man vielleicht Trauerredner, Trauerrednerin nimmt. Dass man vielleicht auch etwas nur ganz in Stille macht. Das wäre früher gar nicht gegangen. Ich weiß noch, wie viele Angehörige von mir gesessen sind und gesagt haben, wir würden das lieber alles im kleinsten Familienkreis machen. Auch wenn die Möglichkeit bestanden hätte, sie haben sich nicht drüber getraut. Also sie haben das trotzdem, wie sie es halt gehört, für ein richtiges Begräbnis mit allen Pipapo-Pomporium gemacht. Aber man hat halt gemerkt, ihnen hat das jetzt nicht so geholfen. Oder genau, also es hat sie eher mehr gestresst. Ja, um nochmal auf deine Ursprungsfrage wegen der katholischen Prägung einzugehen, Silvia. Man merkt schon, also wir haben auch in Deutschland Kontakt sozusagen. Da, wo der Katholizismus eher prägender ist, ist es ziemlich schwieriger, so Innovatives umzusetzen. Und wir haben durchaus sehr offene Friedhöfe auch. Zum Beispiel der St. Barbara-Friedhof, den ich vorerwähnt habe, wo wir Projekte am Anfang umgesetzt haben. Der war sehr offen, aber man merkt dann schnell, dass sie dann einen Rückzieher machen. Also am Anfang sehr offen und toll, klingt super. Und dann aber unsicher werden, weil die Resonanz vielleicht nicht nur positiv ist, sondern durchaus auch negativ oder halt Diskussionen anregt, was ich persönlich ja perfekt finde. Weil wie willst du anders aufbrechen, wenn die Leute sich alle nur freuen? Dann ist es ja eigentlich schon da. Also dann freut es nicht mehr aufbrechen, wenn man darüber nicht mehr diskutiert, sondern sich nur noch freut. Und das ist schon ganz spannend. Also wir sind mittlerweile schon relativ gelassen. Und wenn wir so, zum Beispiel gibt es auch eine digitale Friedhofsführung über unseren Friedhof, wo man halt digital so Rätsel machen kann. Da ist Street Art auch mit drin. Da sind Kuriositäten vom Friedhof drin. Da ist das Leben auf dem Friedhof. Es gibt ja auch ganz viele Wildtiere, die auf dem Friedhof leben mit drin. Und man muss quasi, man kann zwar die Rätsel online machen, man muss aber vor Ort sein, um weiterzukommen. Das stieß am Anfang auf total viel Freude. Und letztendlich kam dann die erste Rückmeldung, also von den Betreibern vom Friedhof, nach, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so. Also es wird jetzt halt auch nicht besonders gepusht. Also das sind dann halt immer wieder Sachen, die uns ein bisschen verwundern. Aber wir lassen es nicht unterkriegen. Uns macht Spaß. Ja, also da gibt es wirklich so dieses, also ich habe jetzt gerade ganz viele Assoziationen gehabt. Es war gerade ganz spannend, was mir jetzt alles so eingefallen ist. Sage ich jetzt gerade noch mal so ungefiltert. Und zwar meine Mutter, die kommt aus dem ehemaligen Sudetenland und auch total katholisch. Ist dann später evangelisch geworden. Aber als ihr Vater gestorben ist, da war es da auch üblich, dass man hinter so einer Kutsche hergegangen ist und davor so eine Bläserkapelle. Und das hat sie nicht ertragen. Und da hat sie es als Erste durchgesetzt, dass die nicht gespielt haben. Das fällt mir gerade wieder so ein. Da war sie immer ganz stolz drauf, dass sie das durchgekriegt hat. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich wollte nicht, dass die spielen. Und dann ist mir eben eingefallen, 2017 habe ich hier nach Bielefeld den lachenden Kirchturm geholt. Das ist auch ein Kunstprojekt von den Capri-Künstlerinnen Carolin Krüger und Brigitte Kottwitz aus Frankfurt. Und das ist halt ein Lachen, was aus dem Kirchturm rauskommt, also nach draußen. Und es ist ja schon revolutionär, wenn du in der Kirche lachst. Und das war dann damals, ha, 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 könnt ihr euch vorstellen, was das beginnt hat. Und da gab es ja auch Leserbriefe. Ich bin teilweise aus den Schuhen gekippt, weil das so aggressiv war. Also viele positive, aber auch richtig angreifende. Ihr könnt es euch vorstellen. Und dann habe ich auch gedacht, oh Gott, oh Gott, was ist da denn los? Hab mich schon ganz schlecht gefühlt. Und dann kamen Glückwünsche von Freunden an mich. Über diese Negativgeschichten. Und da sagt ihr, ihr spinnt wohl, das ist doch doof. Und dann haben die gesagt, nein, ihr wollt doch die Diskussion, ihr wollt doch die Auseinandersetzung. Wie du eben schon gesagt hast, was hast du davon, wenn alle nur abnicken? Dann passiert ja nichts Neues. Also das fand ich ganz spannend, diese Herausforderung. Das fand ich schon, ja, da musste ich auch erst mal mit klarkommen. Und das kann ich mir deshalb gut vorstellen, was ihr da auch so ein Stück auch aushaltet und trotzdem wegen eurer Überzeugung dranbleibt. Ja, also da muss ich echt dazu sagen, ja, man muss auch was aushalten. Und da hat es halt den totalen Vorteil, dass wir zu zweit sind. Aber es gibt immer mal wieder einen, der es gerade nicht so gut aushält und dann kann man sich wieder rausholen. Und was trotzdem auch für uns total Schönes birgt, das sind dann halt so Gespräche wie mit dir oder wenn wir auf die Messe Leben und Tod fahren oder sowas und dort so ganz viele Gleichgesinnte treffen. Und dann merkt man einfach, okay, das ist das richtige Thema. Wir müssen einfach dranbleiben. Und dann geht man wieder gestärkt daraus hervor und dann kann das andere auch schon wieder abperlen. Weil letztendlich geht es ja trotzdem um die, die man berührt, dass man gar keine Rückmeldung von Menschen kriegt, die irgendwie berührt wurden oder werden durch unser Spiel oder durch die Aktionen. Das hatten wir bis jetzt tatsächlich eigentlich. Also es kommt super selten vor. Und deswegen denke ich mir, ja, da machen wir es halt für drei Leute, ist auch okay. Ja, das gibt ja zum Glück immer mehr Menschen, die sich für dieses Thema engagieren. Ihr wart ja auch bei dem Event von der Kerstin Spöhr zum Todlachen. Das war ja auch eine gute Sache. Da ist die Kerstin ja auch ganz rege dran. Und ich freue mich, dass es dann immer wieder Menschen gibt, die an diesem Thema eben ruckeln, dass wir da neue Wege gehen können. Ja, und genau eben auch von unterschiedlicher Seite. Also das ist ja auch wie in der Bestattung habe ich das auch gesehen. Es gibt dort so viele verschiedene Zugänge zu diesem Thema. Und das soll es ja auch sein, weil man kann nicht alle mit einer Schiene abholen. Also wir sind ja alle unterschiedlich und haben andere Zugänge. Genau, und auch andere Schwerpunkte. Genau, andere Schwerpunkte. Ja, genau. Ja, und zusammen ist wie ein Puzzle. Ergänzt es sich dann wieder super. Ja, genau. Ja. Ja, ihr hattet jetzt zwei Sachen, die würde ich gerne noch ein paar genauer anschauen. Dieses Projekt, was ihr auf dem Friedhof gemacht habt, diesen, wie heißt er nochmal, der Friedhof? St. Barbara Friedhof. St. Barbara Friedhof. Und dieses Kartenspiel, dass ihr die beiden Sachen nochmal unseren HörerInnen genauer beschreibt? St. Barbara Friedhof. Ja, genau. St. Barbara Friedhof. Soll ich anfangen? Lass mich kurz. Okay. Nein, nur zum Kartenspiel, weil das fragen ja wirklich immer viele. Also das war ja auch ein langer Prozess und diese Fragen sind wirklich, ist ein kollektives Wissen im Prinzip und ist aber entstanden eben aus meiner Arbeit, aus der Bestattung, weil ich halt sehr schnell festgestellt habe, es gibt gewisse Fragen, die sich Leute halt vorstellen sollten. Wie will ich Erd- oder Feuerbestattung? Welche Musik? Genau, und die gehen halt dann trotzdem weiter auch, so wie, glaube ich, an Reinkarnation. Möchte ich wiedergeboren werden? Genau, oder was berührt dein Herz? Auch so ein bisschen systemischer Fragen oder wie hat meine Familie getrauert? Und weil ich festgestellt habe, Menschen, die sich diese Fragen vorher nicht stellen oder einige davon haben sich halt schwergetan, irgendwie ein Begräbnis auszurichten oder eine Trauerfeier. Im Gegensatz zu die Menschen, die sich vorher schon mal mit dem Thema Tod halt beschäftigt haben. Und das war halt wirklich so. Und ich habe halt auch oft dann einfach nur so gewisse Fragen gestellt, wenn eine Familie zerstritten war und einfach nur so, naja, wie ist denn früher die Familie damit umgegangen mit dem Thema? Und dann haben die so nachgedacht, ah ja, stimmt, wir haben halt auch wirklich nie drüber gesprochen. Oder da ist damals das und das passiert. Deswegen reagiert jetzt meine Schwester so. Und sie konnten halt anders dann miteinander umgehen. Genau, und so sind eigentlich dann 105 Fragen entstanden dann mit Nicole dann gemeinsam. Da ist dann auch diese Sargbar entstanden, diese Mobile, wie Nicole vorher schon erwähnt habe, dass ich bei diesem Kunstfestival Leon Art eingereicht habe. Und damals stand eben die Frage, weil sie im öffentlichen Raum ist, wo spielt man ein Kartenspiel im öffentlichen Raum? Und das Thema war ja Bäume damals. Und meine Idee war vom Baum zum Sarg. Und dazwischen liegt das Leben. Und dann braucht man eine Bar, wo halt tolle Gespräche stattfinden. So war das Anfangskonzept, ja genau. Das war die Reihenfolge, das ist ja auch cool. Das war die Reihenfolge, genau. Genau, weil vorher, die Fragen gab es schon alle halt, so wie man es halt so ein bisschen selber gebastelt halt. Und bei Workshops haben halt immer alle dann gemeint, ja, aber das würde ich gern kaufen. Das würden wir brauchen in unserer Firma oder irgendwie so oder privat. Aber ist halt teuer, ein Spiel professionell zu gestalten. Und da habe ich halt dann das Spiel das erste Mal eingereicht und konnten halt 50 Spiele damals finanziert werden davon. Und das kam so gut an, dass wir dann eigentlich relativ schnell dann, glaube ich, 100 Spiele bestellt haben. Die waren dann auch wieder schnell weg. Und so hat es sich eigentlich dann in zwei Jahren sehr schnell entwickelt. Ja, wir sind jetzt in der vierten Auflage. Ja, genau. Und dieses Spiel kann man direkt bei euch bestellen? Oder wie bekommen wir das? Ja, genau. Haben wir auch lange überlegt, wie wir das machen. Aber es läuft alles über uns, weil wir diesen persönlichen Kontakt auch zu den Menschen lieben, die uns schreiben. Und weil ja oft, die bestellen ja nicht nur ein Spiel, sondern die kriegen auch oft sehr persönliche Geschichten dann dazu geschrieben, warum sie das jetzt bestellen, wo sie es kennengelernt haben oder was sie für Erfahrungen damit gemacht haben. Und das finden wir sehr schön. Aber wir haben jetzt mittlerweile einen Versandpartner in Deutschland, der die Spiele für uns in Deutschland verschickt. Somit ist der Postversand günstiger. Ja, das ist nicht uninteressant. Genau, ja. Das stimmt. Die sind super, weil der nämlich auch, muss man sagen, die Geschichte finde ich so schön, weil der nämlich auch dieses Spiel gekauft hat. Der hat nämlich mit dem Thema überhaupt nichts zu tun, jetzt in dem Sinn so. Und hat uns angeschrieben und hat gemeint, er hat das Spiel gekauft und es kam so gut in der Familie an und ob er uns nicht helfen kann beim Vermarkten oder beim Versand, weil er hat einen Versandhandel. Ach, na das ist ja cool. Ja, genau. Und dann war das halt so ein Prozess so von ein bisschen über ein halbes Jahr, oder? Ja. Dass wir uns kennenlernen, was stellt sich jeder vor und jetzt haben wir glaube ich so ein Mittel gefunden, das was für uns beide total super passt. Und genau, die Spiele kommen schneller an wie aus Österreich, weil dauert es doch manchmal bis zehn Tage. Irgendwie passen wir dann trotzdem zusammen, weil es ist ein Linn-Sprachverstärker und die verkaufen halt Soundsysteme und sowas, aber heute auch gerade so für private Redner oder Rednerinnen und sowas, die man ja zum Beispiel auch auf dem Friedhof oder so gebraucht, wenn man selber Trauerrednerin ist. Und auf der anderen Seite arbeitet er ganz viel, nämlich auch systemisch in Firmen. Es ist eine total schöne Zusammenarbeit geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Und wir sind voll happy, weil die Leute in Deutschland auch happy sind, dass sie die Sachen schneller und günstiger kriegen. Ja, großartig. Ja, eure E-Mail-Adresse und Internetseite, das schreibe ich ja in die Shownotes. Also wer da Interesse hat, kann sich dann an euch wenden. Genau. Ja, nochmal zu meinem Verständnis. Also das Kartenspiel war praktisch das Erste und dann habt ihr überlegt, wo kann man darüber reden? Dann kam diese Sache mit dem Baum zum Sarg und dazwischen dann die Bar, wo dann gesprochen wird, richtig? Genau. Ah, cool. So ist die Sargbar entstanden. Ja, genau. Diesen Begriff finde ich ja auch genial. Beschreib doch mal dieses Sargbar, weil die HörerInnen können die ja jetzt ja leider nicht sehen, sonst könnte man ein Bild zeigen. Also es gibt ja mittlerweile zwei. Die erste Sargbar, also mit R, das ist wichtig, weil für eine weitere Genese kommt dann noch der Verein Sargbar ohne R, weil es ist ja alles ansprechbar. Und die Sargbar, die ursprüngliche ist tatsächlich ein konischer Sarg, also der Unterteil davon mit einer Holzplatte oben drauf und so Stahlfüßchen, eigentlich so sehr schlanken Stahlfüßchen, die man halt einfach aufstellen kann, wo man dann da drauf, wenn man möchte, ein schönes Spitzendeckchen legen kann und Weingläser stellen kann. Aber genauso gehen natürlich Bierdeckel und Bierhumpen. Die ist mittlerweile auch schon gereist. Die wurde auch im Museum in Pfeffikorn schon ausgestellt. Die hatten nämlich auch eine Ausstellung zum Thema Tod. Und das Lustige ist, mit dieser Sargbar haben wir dann nämlich auch dieses Projekt für den 8. August 2021, unser Kick-Off-Projekt sozusagen, rundherum eigentlich auch aufgebaut, weil die Sargbar hat sich dann weiterentwickelt. Magst du die Weiterentwicklung erzählen? Genau, da muss ich ja wieder sagen, es ist kollektives Wissen, weil Leute, die an dieser ersten Sargbar standen, hatten total viele Ideen für die Weiterentwicklung. Also es war schon ganz klar, wir brauchen eine Klappe für die zweite Sargbar, wir brauchen etwas zum Nachziehen, Rollen und wir haben uns auch gedacht, es muss funktionaler werden und wir brauchen Füße zum Einklappen. Genau, da muss man sagen, mit dieser Idee sind wir dann zu unserem Sarghersteller gegangen. Also in Österreich gibt es noch zwei, einen davon Moser Holzindustrie und der war von der Idee so begeistert, dass er gemeint hat, er baut uns die. Ah, klasse. Und die hatten selber so viel Spaß bei dieser Entwicklung von dieser Sargbar. Genau, haben uns immer so Kurzvideos dann geschickt, wie weit sie schon sind, wie sie rollt und genau alles. Ja und auch vorne die Klappe, die muss dann natürlich genauso hoch sein, damit Bierkästen reinpassen, weil sie müssen ja Getränke reinpassen. Und sie ist auch nicht mehr konisch, sondern wir haben einen Eco-Natur-Sarg, der ist tatsächlich zertifiziert, aus Holz, der halt auch so, es sieht eigentlich aus wie eine Seemannskiste, aber es ist eigentlich ein rechteckiger Kasten und oben der Deckel ist halt zu und nach vorne öffnet sie sich und unten dran haben wir massive Eichenholzfüße, die funktionieren nach Biertischsystem und wenn man sie halt eingeklappt hat, sind unten Rollen dran und dann kann man sie auch nachziehen. Sehr praktisch, Kabel, da haben wir schon alles getenstet. Genau, weil nämlich auch eben die ersten Menschen, die wirklich an der Sagbar standen, haben dann auch gemeint irgendwann und ihr müsst reisen damit und wir so, ja, coole Idee, das machen wir, aber das waren wir noch weit entfernt von irgendwelchen Reisen. Das stimmt, genau. Ja und dann kam eben unser Kick-Off-Projekt, das haben wir Street Art und Vergänglichkeit genannt, weil wir ein zartes Band quasi zwischen der Street Art und dem eigenen Leben geknüpft haben, weil beides ist vergänglich. Street Art findet im öffentlichen Raum statt, spricht oft Widerstände an, ist eigentlich eine Kunstausdrucksform, verblasst auch, also ist quasi der Witterung ausgesetzt, so wie in gewisser Weise das Leben ja auch und da haben wir insgesamt fünf Künstlerinnen eingeladen, die eben am St. Barbara Friedhof die Erlaubnis bekommen haben, eine Friedhofsaußenmauer zu gestalten. Für diesen Tag haben wir Plakate drucken lassen, weil Verena ist auch ein sehr großer Street Art-Fan aus Athen. Sie hat von 2013 bis 2019 ganz viel Street Art in Athen gesammelt und da haben wir Plakate zweimal drei Meter drucken lassen mit jeweils einer Frage aus unserem Spiel drunter. Und das waren glaube ich zehn Plakate, die auch an der Friedhof Außenmauer für vier Monate hingen. Und an dem Tag selber gab es dann noch ein anderes kleines Projekt, die Hörblüten wurden dort vorgestellt, die sich quasi mit Geschichten auch auseinandersetzen, wenn Menschen sterben, vor allen Dingen Eltern und trotzdem noch was ihren Kindern hinterlassen möchten. Und es war noch eine kleine Clowns-Performance über den Friedhof mit der nachziehbaren Sagbar und ein interaktives Projekt, weil es ist uns trotzdem wichtig, dass man die Leute irgendwie ins Tun bringt. Und es gab ein Graffiti-Spray-Workshop. Es gibt noch ein altes Gebäude auf diesem Friedhof, was wir quasi dafür nutzen durften. Und es war so schön, weil die Leute sich alle so gemischt haben und auch die Erwachsenen sich so gefreut haben, dass sie jetzt endlich mal Graffiti sprühen dürfen. Wo wir schon fast die Befürchtung hatten, oh je, ist es noch auf, geht es noch auf, unser Projekt, dass wir eigentlich über den Tod und die Vergänglichkeit aufzählen wollten. Aber wir haben danach so schöne Rückmeldungen gekriegt, dass sie mit den Familien dann nach noch über den Friedhof gegangen sind und über Tod und Leben gesprochen haben und wer wie was gerne machen möchte. Und es war so schön, oder auch, dass die eine gesagt hat, sie war heute so mies drauf und jetzt hat sie den ganzen Nachmittag mit uns verbracht und jetzt geht es ihr voll gut, dass wir dachten so, wow. Und es hat uns eigentlich auch die Bestätigung gegeben, wie wichtig es eigentlich ist, dass man diesen Raum aufmacht, dass man dieses Thema einfach in irgendeiner Form erleben kann. Man muss ja gar nicht, man muss ja auch nicht reden, man hätte jetzt auch einfach nur sprühen können, man hätte sich davon ja gar nicht hangieren lassen müssen, aber irgendwie macht es was. Also mittlerweile sehen wir es eher so, dass man irgendwie so ein bisschen Samen sät, die halt dann aufgeben, wenn jeder irgendwie bereit ist dazu. Ja, ist ein schönes Bild, Samen sehen. Und ich habe eben auch gedacht, ihr baut damit auch Brücken. Ich habe immer gern dieses Bild von Brücken bauen, so wie das Lachen auch die Brücke baut, wieder die Heiterkeit zu kommen. So baut ihr Brücken, dass man mit diesem heiklen Thema sich auseinandersetzen kann, auf eine Art und Weise, wo es nicht wusch, gleich da reingeht, sondern man tastet sich so ran mit dem, was vertrauter ist, was man kennt. Übers Malen kommt man an die Emotionen, das ist ja auch wichtig. Sonst kann man mit dieser Thematik, glaube ich, auch gar nicht so richtig reden. Diese Verbindung zum Gefühl, übers Malen. Und dann als Familien, klasse, finde ich total gut. Sehr schön. Ja, ihr hattet eben noch dieses… Oh, Spaß gemacht. Hm, was denn? Entschuldigung, hat uns auch sehr Spaß gemacht. Ja, gut. Und auch diese Bestätigung, dass man auch weiß, man ist auf dem richtigen Weg. Ja, weißt du. Ihr hattet eben dieses Wortspiel, das ging, glaube ich, so ein bisschen vorhin unter. Sagbar, einmal mit dem R, wegen dieser R, an der man redet miteinander. Und dann mit dem ohne R, dass es eben nicht an Worten fehlt, sondern alles ist sagbar. Habe ich richtig verstanden, darum geht es auch. Genau. Also alles ist ansprechbar. Ja, genau. Also es haben auch wirklich Menschen an der Sagbar sind immer zu uns gekommen und haben echt dieses Wortspiel verwendet, haben immer gesagt, aha, voll lustig, bei euch ist immer alles sagbar. Und als wir dann den Verein gegründet haben, worüber auch das Spiel läuft und wo wir halt Projekte auch einreichen können für Förderungen, war dann eben die Frage, wie nennen wir den? Und dann haben wir uns gedacht, naja, ich meine, die Menschen haben es eigentlich schon vorgesagt. Wir nehmen jetzt dieses Wortspiel und genau, nennen ihn Verein Sagbar ohne R. Aber das war ganz lustig, als wir ihn nämlich anmelden wollten bei einem zentralen Vereinsregel, da haben sie gesagt, das geht nicht, das ist nicht aussagekräftig genug. Habe ich gesagt, okay, wenn wir dahinter schreiben, es wird Zeit, über den Tod zu sprechen, reicht das? Ja, das reicht. Klasse, kann man tolle Sachen erleben. Ja, auf jeden Fall. Und was das Schöne ist am Verein, weil wir wollten halt trotzdem, wir wollen aufklären und wir wollen aber die Aufklärung halt auch möglich machen, auch wenn jetzt tolle Projekte dabei sind, die sich jetzt uns vielleicht real oder so, wie wir halt eigentlich gerne verdienen würden, nicht leisten können. Und dann machen wir das halt oft auch einfach über den Verein, weil dann fahren wir trotzdem hin und machen es entweder gratis oder günstiger, wenn wir es toll finden. Also diese Möglichkeit wollten wir uns halt auch auf jeden Fall offen halten. Weil es soll ja irgendwie für alle da sein und nicht nur für eine besondere Gruppe. Ja, das ist eine gute Möglichkeit. Habe da einen guten Weg gefunden. Dafür hat so der Kulturbereich Vorteil. Ja, das Know-how muss man haben, ne? Ja, genau. Ich habe noch dieses Bild vor Augen, da weiß ich nicht, ob das auch zu dem Projekt gehört, was ihr schon jetzt erzählt habt oder ob das noch was anderes ist, wo die Verena, glaube ich, auf dem Sarg liegt mit einer roten Clownsnase und gezogen wird. Ja, das war der Momentotag, Sweetheart und Vergänglichkeit. Und zwar sind wir da von dem einen Standort zum Sprühworkshop rübergegangen. Das war ja so ein Gebäude, so ein älteres und weiß, ich glaube, 200, 300 Meter oder so weiter weg. Und da hat sie nämlich mit einer Kliniklaunin sozusagen eine kleine Performance eingebaut. Und sie wurde gezogen und die andere hat zwischendurch drauf gesessen oder umgekehrt. Und es war sehr lustig, weil sehr viele Kinder auch total fröhlich mitgehüpft sind. Und es ist ein total schönes Bild war, wie sie am Sonntag über so ein kurzes Stück über den Friedhof alle gemeinsam quasi lachend nämlich rüber tanzen und springen. Das war extrem schön. Ja, ich habe es ja nur als Foto gesehen. Das hat mich schon beeindruckt. Auf dem Sarg, also nicht im, ne? Auf dem Sarg ist das schon was Neues, ne? Da muss man auch sagen, es ist eine eigene Erfahrung. Also nicht nur, also jeder redet ja immer vom Sarg liegen, aber auch auf dem Sarg oben liegen, hat nochmal ein anderes Feeling. Es macht nochmal was anderes mit einem, wenn der dann rollt, nämlich auch noch. Wie hast du dich denn dabei gefühlt? Ja, es war irgendwie, kann man gar nicht beschreiben so wirklich, aber wenn man liegt nicht drin, sondern drauf, du weißt, du liegst jetzt auf einem Sarg, aber auch irgendwie frei und du siehst den Himmel, eigentlich nur den Himmel, weil du guckst ja rauf und das ist irgendwie schön, weil du fährst so und dann vielleicht waren Wolken waren auch noch. Es hat ein Gefühl von Freiheit, kann man sagen. Schön. Ja, da haben wir wieder die Verbindung von Tod und Leben, ne? Du bist ja noch nicht in der Kiste, bist noch auf der Kiste, ne? Und das mit Humor. Und das mit Humor, das ist ja das Geniale dabei. Ach, herrlich. Ja, ihr habt auch den Unterschied bei eurem Bestattungsinstitut, ihr nennt euch ja Reisebegleiter, Begleiterin. Das ist ja nun, ich meine, man spricht ja von der Lebensreise oder man verabschiedet Sterbende ja auch gern, dass man sagt, alles Gute auf deiner Reise, das ist ja was sehr Gängiges. Aber wenn man jetzt hört, dass ihr Reisebegleiterinnen seid, ist das schon trollig. Das ist irgendwie noch nicht so vertraut, dieser Begriff. Da sehe ich dann eher so die Stewardessen vor mir in ihrem Kostüm. Diese Vision ist ja eigentlich auch entstanden von mir aus der Zeit aus der Bestattung. Also die Leute, die kommen zur Bestattung, entweder haben sie sich damit beschäftigt oder nicht halt, wenn ein Trauerfall eintritt. Aber sie sehen immer wieder andere Menschen. Also du bist eh schon so in einer Ausnahmesituation. Dann kommt vielleicht der Fahrdienst. Also die halt damals noch in Österreich waren trotzdem noch mehr Hausabholungen auch, wo wir waren. Wir waren mehr ländlich auch. Und da kommen halt zwei fremde Menschen. Die holen jetzt deinen Verstorbenen. Und dann gehen sie ins Büro. Da sitzt wieder jemand anderes. Dann auf Friedhof lernen sie wieder jemand anderen von der Bestattung kennen. Und wenn es dann vielleicht noch eine Kremation gegeben hat bei der Urnenbeisetzung, sehen sie wieder jemand anderen. Und wir haben halt sehr schnell angefangen in der Bestattung, dass das so wirklich aus einer Hand ist. Dass sie immer eine Person sehen, die sie wirklich kennen. Und das ist eine Erleichterung für die Menschen. Weil sie wissen, da ist jetzt jemand, okay, der begleitet uns von vorn bis hinten. Und das kam wirklich total gut an. Und so kann man die Reisebegleitung auch sehen. Und unsere Vision ist eigentlich auch, dass sich Menschen schon vorher mit dem Thema so beschäftigen, dass sie sich auch vorher schon dem Bestatter oder die Bestatterin aussuchen. Passt der zu mir? Kann ich mit dem, was der macht, umgehen? Oder genau, gefällt mir das? Bietet der das an, was ich genau will? Und das kann man ja. Also ich kann mich ja informieren. Weil bei einer Reise mache ich es ja auch nichts anderes. Ich informiere mich ja auch vorher im Internet. Verschiedene Reiseanbieter, verschiedene Hotels. Oder erkundige ich mich? Ja, und das bieten wir so an. Einer hat mal so nett geschrieben. Der hat geschrieben, er würde gerne auf Reise gehen, aber das Abflugsdatum weiß er noch nicht. Und würde mal alles gerne fixieren hier. Die Eckdaten zumindest, dass er das halt hinterlegen kann. Und genau. Genau, bei Reisebegleitung kann man ja auch so verstehen, dass man uns quasi dazu bucht, auch wenn man bei einem ganz anderen Bestatter oder sowas ist, dass man einfach eine Person hat, die kontinuierlich sozusagen vielleicht sogar schon den Angehörigen oder die Angehörige beim Sterben mit begleitet. Und dass man sozusagen eine Kontinuität hat. Also dass immer die gleiche Person einfach dabei ist. Dass man einfach weiß, okay, man geht in diese Situation nicht alleine, in diese, keine Ahnung, Trauergespräche oder sowas. Wir hatten es auch oft schon erlebt, dass die Leute, die zu uns gekommen sind, weil wir Trauerreden auch machen, dann hinterher gesagt haben, hm, das war jetzt irgendwie anders. Also ehrlich gesagt, ich hatte ja vorhin ein bisschen Angst davor, aber jetzt geht es mir total gut. Und das ist irgendwie so schön, wenn man irgendwie merkt, okay, man kann die Leute trotzdem irgendwie anders abholen. Man hat sich Raum und Zeit nimmt. Zu deinem Reisebegleitungswitz, das ist ja schon auch lustig. Wir haben eine Bestattung hier, mit der wir kooperieren, die uns quasi dazu buchen auch. Und die haben gesagt, ja, ob sie das Angebot irgendwie mit reinnehmen sollen bei sich oder sowas. Aber er meinte so, ich sage es euch gleich, Reisebegleitung kann das nicht reißen, oder dann haben wir ganz sicher diese Woche mindestens 100 Anrufe. Wohin geht die Reise? Wann fahren wir ab? Naja, so verbindet man doch als erstes erst mal was anderes damit, ne? Ja, aber ich kann das nur bestätigen, also dass das ganz schön hilfreich ist, wenn man sich da früh genug mit beschäftigt. Ich habe vor ein paar Jahren, also meine Mutter ist jetzt zehn Jahre verstorben, und zwei Jahre bevor sie gestorben ist, habe ich schon angefangen, weil ich irgendwann dachte, ich möchte hier nicht am Telefon stehen, bekomme die Meldung, meine Mutter ist verstorben und dann bin ich am Rotieren, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich tun soll. Und dann ist man emotional schon neben der Spur und plötzlich soll man alles auf die Reihe bekommen. Und ich hatte damals noch so ein logistisches Problem. Meine Mutter war in einem Altersheim, in einem anderen Ort, als wo sie gelebt hat. Ich wohne auch woanders, meine Schwester auch. Wo ich dachte, wie genau läuft das? Wer ist jetzt wo zuständig? Und ich war voller Durcheinander und habe ich gedacht, nee, Leute, das muss ich jetzt klar haben. Und ich brauche Telefonnummern, wo ich nachher anrufen kann, wenn es soweit ist, und nicht erst dann anfangen, das alles regeln zu wollen. Und das war mega schlau. Das hat nämlich eine ganz schöne Zeit gedauert, bis ich das dann auf der Reihe hatte. Aber dann hatte ich meine Ansprechpartner und Partnerinnen. Und das war so hilfreich. Und wie ihr sagt, so in einer Hand. Und dann kennt man sich. Und wie ihr eben sagt mit der Trauerrede, dann können die auch was schreiben. Weil es gibt ja was Vertrautes. Sonst schreiben die ja über jemanden, den sie nicht kennen. Genau. Ja. Nee, und das ist wirklich total wichtig. Also wir merken das jetzt auch immer wieder. Ja, also das ist einfach die, die sich vorher, also wir haben oft Fälle eben, die beschäftigen sich, die haben sich vorher schon damit beschäftigt. Die haben sich schon gut verabschiedet auch. Und du merkst es auch so richtig, weil die sind auch manchmal, entschuldigen sie sich so richtig so, naja, wir machen das jetzt so, aber wir haben das eh vorher schon alles gemacht. Und wir so, alles gut, alles in Ordnung. Also es ist völlig, passt ja alles. Also auch, aber ich glaube auch oft noch diese Scham dann, so eben dieses nicht so tun, wie es sonst immer alle tun auch. Also, ja, diese Frage kriegen wir oft, können wir das machen? Und ich denke mir so, ja, warum denn nicht? Also warum sollten wir es nicht so machen können? Ich meine, das habe ich ja nur einmal. Also ich kann das ja nicht wiederholen oder sagen, oh, beim nächsten Mal mache ich das doch anders. Also vielleicht ja beim nächsten Trauerfall, aber das ist ja dann, für den einen ist es halt dann schon zu spät. Was meinst du mit so machen? Also was anderes machen als gewohnt? Ja, genau, also eben, dass ich dann vielleicht eben, so wie du auch gesagt hast, mit dem, dass ich nicht die Musikkapelle spielen lasse, dass ich diesen Mut habe zu sagen, ich will das nicht aus irgendeinem Grund. Also es geht auch manchmal so um, eigentlich also aus meiner Perspektive, aber gut, ich bin in der Großstadt auch gewachsen, um Kleinigkeiten, die aber, je ländlicher das wird, gar nicht mehr so klein sind, weil wir hatten auch letztens eine Aufnahme dabei, die haben gesagt, ja, am Sarg verabschieden schafft sie nicht. Sie möchte gerne, dass erst einer Ohne verabschiedet wird mit großer Feier, auch wenn das viele, die dorthin kommen, nicht schätzen, nicht zu schätzen wissen. Und dann hat die Freundin sie total bestärkt, mach das, was dir gut tut, und mach das dann so. Und dann kamen wir zum Thema Leichenschmaus, den du schon erwähnt hast. Meinst du, so am liebsten würde ich es nicht machen? Meinst du, aber das kann ich nicht bringen? Und den hat sie gemacht. Und es sind super viele Leute gekommen. Und ich nehme an, das ist ja auch nicht billig, also wenn man das macht und du hast so eine Veranstaltung von 70 bis 100 Leuten oder sowas und selbst wenn nur die Hälfte mitgeht, aber da zertrauen die Leute sich dann teilweise einfach nicht raus, weil sie sich denken, nee, das gehört sich so. Ja, ja, das ist wirklich mit vielen Punkten doch so. Ich habe jetzt vor, das ist noch gar nicht lange her, jetzt vor zwei, drei Wochen mitbekommen, dass ein befreundetes Pärchen, was ich kenne, so in der Warteschleife waren, sage ich jetzt mal so ein bisschen, dass die Mutter des Mannes im Sterben lag und dann kam auch der Bruder von dem Mann und dann sind die schon mal zum Bestatter gegangen, um sich schon mal schlau zu machen. Die Mutter lebte aber noch. Also es war klar, das kann höchstens ein, zwei Tage noch dauern. Und dann hat die Frau, die mir das erzählt hat, das richtig entschuldigend gesagt. Die gehen da schon hin, obwohl sie noch lebt. Also da habe ich auch gedacht, das ist ja irre, also was da immer noch auch in uns so drin steckt. Ich meine, das war ja schlau, das zu machen. Ich meine, nachher soll alles schnell gehen, in Anführungsstriche, wobei man sich ja mehr Zeit lassen kann, als man da auch denkt. Das ist vielleicht auch noch interessant, was zu sagen. Viele denken ja schnell, schnell. Und das muss man gar nicht. Ich habe zum Beispiel, als meine Mutter verstorben ist, da saß ich neben ihr und dann war ich dann professionell genug, dass ich sofort auf die Uhr geguckt habe, dachte, wenn man mich fragt, weiß ich das. Ich bin aufgestanden und wollte zur Schwester laufen. Und dann habe ich mich richtig einmal im Kreis getreten, habe mich wieder hingesetzt und habe gesagt, nein, du musst jetzt überhaupt gar nirgends hinlaufen und Bescheid sagen. Du bleibst jetzt erst mal hier sitzen und kriegst erst mal mit, was hier gerade passiert ist. Und das war so wertvoll, diese paar Minuten Ruhe, die ich da hatte, weil dann kam ja irgendwann jemand reingelaufen. Und da habe ich gedacht, wie gut, dass ich das gemacht habe. Diese Minuten möchte ich nicht missen. Ja, und man ist in solchen Situationen ja eh auch irgendwie beschützt oder geführt oder sowas ganz oft, sodass dann sowas einfach passiert, wie dir, dass du einfach kurz denkst, hey, Moment, das will ich jetzt noch gar nicht. Das hat sicher auch damit zu tun, dass du dich vorher trotzdem schon ein bisschen damit auseinandergesetzt hast. Wir erleben das oft, wenn Leute das gar nicht wissen und auch Menschen sogar zu Hause sind und es ist klar, dass die sterben, weil sie schwer krebskrank sind oder sowas und das nur noch, keine Ahnung, wahrscheinlich ein paar Tage zu Hause sind. Aber dann wird trotzdem noch die Rettung gerufen und die werden mit der Rettung noch reingefahren und werden noch alle möglichen Maßnahmen gesetzt, die eigentlich völlig umsonst sind, weil es so klar ist, der ist austherapiert, der wird sterben. Und das ist aber eine Tortur natürlich auch für den sterbenden Menschen. Und da geht es auch darum, also es macht ja auch vor allem, weil es die Hilfe in Deutschland macht, das auch sehr intensiv, einfach auch darauf vorzubereiten, was passiert am Lebensende, was kann man als Angehöriger oder sozusagen begleitende Person einfach noch machen und was braucht man aber nicht mehr machen, weil es halt einfach gewisse natürliche Prozesse sind, die so oder so stattfinden, egal ob er jetzt im Rettungsfall noch ins Krankenhaus fährt oder ob er einfach zu Hause bleiben darf. Also das sind so Sachen, das ist ganz schwierig, weil die Leute sich halt, wenn sie sich damit nicht beschäftigt haben, dann trotzdem mit ihren Vorwürfen machen und warum sie es noch gemacht haben oder was auch immer sie noch hätten besser machen können und so weiter. Genau, oder was sie sich halt verboten haben, dass sie denken, sie müssen den Toten ganz schnell abholen lassen und so und das ist eben genau das, was ihr sagt, wenn man sich vorher mit beschäftigt hat, weiß man einfach ein bisschen mehr und ich habe mittlerweile so viele Sachen mitbekommen, wie eine Freundin verstorben ist im Sommer, es war knallerheiß, die wurde noch mit Eispacks versorgt, damit die einfach noch zu Hause bleiben konnte, was man alles machen kann. Da muss man ja erst mal drauf kommen und halt mit den Bestattern, Bestatterinnen reden, was geht, was geht, was ist möglich, was will ich. Manche möchten das halt auch nicht, die möchten ganz schnell, weil sie sich aushalten, jemanden, einen Verstorbenen dann da zu haben, aber wer das gerne noch länger hätte, dass man sich da verabschiedet, alles möglich. Ja, total und das ist ja auch völlig in Ordnung, weil man es nicht will, aber es hilft trotzdem auch, wenn man weiß, dass man es nicht will, wenn man dann halt trotzdem die, also das, was es braucht, um das schnellstmöglich in die Wege zu leiten, halt trotzdem dann auch schon weiß. Ganz genau, ganz genau. Ja, das Know-how ist schon hilfreich. Das habt ihr eben auch gesagt, bei Reisen überall, da macht man ja auch vorher einen Plan und nicht erst jetzt verreise ich, jetzt gerade, sondern ja, da bleibe ich ja auch Wochen vorher. Ja, total. Mir fällt gerade noch ein ganz lustiges Projekt ein, das muss ich jetzt gerade kurz erwähnen, weil wir, also weil du gesagt hast, bei Reisen macht man sich ja auch vorher Gedanken und es ist irgendwie so, der Tod ist irgendwie so lustig. Wir sind im ganzen Leben, sind wir total individuell alle, Kleidung durch Auto, durch Wohnungen, durch Superkunst, Geschmack ganz wurscht und im Tod ist dann aber plötzlich die Auswahl total gering. Das heißt, du hast nur gewisse paar Sargmodelle, du hast dann nur ein bisschen Innenausstattung und auch diese ganzen Trauerkarten und sowas sind heute recht einfältig und da gibt es eine Künstlerin. Mittlerweile gibt es schon sehr viele, die andere Sachen auch entwickeln, was Gott sei Dank und sehr schön ist, aber die Anouk Estermann, die hat so einen Trauerkiosk gemacht und die hat so kleine Postkarten reingemacht, wo bei jeder Postkarte, keine Ahnung, zum Beispiel, lass uns gemeinsam Geheimnisse lüften und dann hat sie halt so eine kleine Trommel reingemacht, die überspannt ist, mit so Luftpolsterfolie und zwei Nadeln reingesteckt, sodass man bei jeder Karte auch ins Tun kommt, aber halt trotzdem irgendwie seine Anteilnahme irgendwie anders ausdrücken kann, als nur mit Mein Beileid oder sowas. Also fand ich super, super schön. Schöne Idee. Ja, schöne Idee. Ja, das boykottiere ich ja auch schon länger, diese Karten mit den schwarzen Trauerbalken. Das finde ich ganz schrecklich. Da ist schon alles traurig, da macht man es noch trauriger. Ich verschicke auch immer lieber Karten mit Blumen oder einen Luftballon oder irgendwas Schönem und bin auch immer dankbar gewesen, wenn bei der Trauerpost, als meine Mutter verstorben ist, ich dann auch andere Karten bekommen habe. Also das, ja, wenn man dann hinguckt, dann, ich meine, wir leben ja weiter. Wir brauchen ja was, damit das Leben weitergeht. Und dann finde ich solche Karten doch irgendwie sehr hilfreich, die ein bisschen Farbe und Leichtigkeit mit sich bringen. Ja, total. Ja, auch gut, dass sich auch in der Richtung was tut. Ja, ich würde gerne eine Frage stellen. Was war bislang euer kuriosestes Erlebnis oder witzigstes oder beeindruckendstes oder was auch immer? Was fällt euch spontan ein? Also wir machen ja auch so Performance-Branches mit. Da ist die Sagbar immer dabei mit dem Speed-Dating, mit dem Tod. Und das ist so ein Tool. Die Leute sitzen sich quasi gegenüber wie beim Speed-Dating für zwei bis drei Minuten und kriegen so ein Stapler aus unserem Kartenspiel und können sich dann austauschen über die Frage. Und am Anfang sind sie immer meistens noch sehr zurückhaltend und eher berührungsängstlich unterwegs. Und spätestens nach der dritten Runde will keiner mehr aufhören, keiner mehr wechseln. Und acht Minuten sind extrem kurz, diese zwei Minuten und sowas, obwohl Verena immer schon verlängert. Und das habe ich mal mit Kindern gespielt, weil da relativ viele Kinder waren. und da kam die Frage, was macht es mit dir, dass du dich mit deiner eigenen Vergänglichkeit auseinandersetzt? Und das hat sie jetzt schon gebraucht, dass wir heute so ein bisschen übersetzen, also so eine einfache Sprache. Und dann guckt mich die Kleine so an und sagt, hä, wieso müssen wir uns immer über den Tod unterhalten? Können wir uns nicht einfach darüber unterhalten, was uns glücklich macht? Und das war so schön, weil ich mir dann echt dachte so, ja, und ich habe dann gesagt, weißt du, ihr Kinder könnt das noch, aber wir Erwachsenen können das nicht mehr und deswegen brauchen sie so ein Spiel, damit sie dann wieder darüber nachdenken, was sie eigentlich glücklich macht. Ja, und eigentlich so ein, also kurios war es nicht, doch für damals schon, finde ich, kam mal eine Dame an die Sargbaum mit einer Riesenmelone und hat gemeint, ja, die hat sie, wir sind ja jetzt hier in der Bar und es war Sommer, als was sehr heiß und dann können wir doch hier Melone jetzt essen und dann können wir uns über Patientenverfügung unterhalten. Haben wir die Melone aufgeschnitten und ich weiß noch, wir saßen da irgendwie so, also bei der Bar, wir hatten da keine Sesseln, wir saßen da irgendwie so am Boden dann und ja, und Sipmi hat erzählt, dass sie sich gerade intensiv mit Patientenverfügung beschäftigt hat, was ich sehr spannend fand und sie hat da die Vor- und Nachteile aufgezählt. Ja, und da haben wir uns dann sicher über eine Stunde unterhalten mit der Melone und das fand ich irgendwie voll schön, muss ich sagen und eigentlich auch die Bar eben, nicht nur Getränke, auch Essen eben, das ist dann auch noch, wir haben, wir haben ja lauter Unverträglichkeiten und ernähren uns halt vegan dadurch und glutenfrei und wir hatten für den Messestand hatten wir so Bananenbrot gebacken und hatten wir mit und Nicole hat so aufgeschnitten und legt es halt so auf die Bar, so dass ich mir was nehmen kann und dann kamen Leute vorbei und haben gemeint, oh cool, Bananenbrot, super und haben sich das Stück reingeschoben und sind weitergegangen und ich so, nee, das geht nicht. Ja, war anscheinend sehr einladen. War sie einladen, ja. Ja, cool. Ja, das ist ja eine gute Kommunikation dann. Und diese Gespräche an der Sagbar, da kommen dann wirklich Menschen auch zusammen, die mit euch reden, die untereinander reden. Genau. Also wirklich unterschiedlich und das finde ich einfach immer am schönsten und man weiß nie, was passiert, aber es passieren immer schöne Sachen und auch wie letztens zum Beispiel, das fällt mir jetzt noch gerade wieder ein, weil es fand ich einfach so schön, waren wir in Lübeck und wir haben gerade die Bar so aufgebaut und kommt so eine Familie, waren so fünf Personen, ach, was ist denn das hier und so und habe schon gemerkt, sie kommen nicht aus Lübeck, sondern eher so Dresden-Gegend, sie kamen auch aus Dresden-Gegend und haben erzählt, ah ja, sie waren ja jetzt gestern auf einer Hochzeit und sie schauen sich jetzt nach Lübeck an, aber das Thema Tod, ja, das ist ganz wichtig und die haben dann da auch sicher so eine halbe Stunde mit mir gesprochen und die eine hat dabei geweint dann und die haben sich aber so gefreut, die haben gemeint, ach, wie schön, Hochzeit und jetzt haben wir noch über den Tod gesprochen, was für ein schönes Wochenende. Also sowas passiert zum Beispiel, es kommen auch welche Bewusstsein zur Sagbar, das finde ich auch immer ganz lustig, eigentlich fällt mir gerade ein, Männer meistens, wenn wir in einer Zeitung stehen und angekündigt werden, die schneiden dann diesen Bericht immer aus und kommen dann wirklich immer mit dem Zeitungsausschnitt zur Bar. Ich habe sie in der Zeitung gelesen. Ja, aber wirklich, es ist wirklich von jung bis alt, kann man wirklich sagen. Ja, und wir wissen auch nicht genau, was passiert, aber ich glaube einfach, es wird so ein Raum geöffnet, aber so ein unverbindlicher Raum. Also man muss sich ja nicht öffnen, man kann ja auch einfach weitergehen, aber alle, die zur Sagbar kommen, die öffnen sich total intensiv. Also wir ja auch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit Leuten an der Bar tausche ich mich manchmal intensiver aus als sonst mit irgendwelchen Menschen. Aber es ist so schön und wir haben gerade, weil du meintest auch, ob die sich da noch untereinander austauschen. In Basel haben wir mal, wurden wir vom Schwarze Peter eingeladen. Der Schwarze Peter betreut Obdachlose. Und wir haben da so einen Kiosk eingerichtet, wo man halt auch Tränke kaufen kann und so und halt am Untertag halt auch vorbeikommt und kleine Beratungen und sowas kriegt. Und wir standen halt direkt daneben. Und die haben dann noch so einen Grillabend gemacht und es war total schön. Es war zwar Oktober, aber es war, ich glaube, das letzte heiße Wochenende. Ich glaube, es war um die 20 Grad. Und es war so schön, weil es war eine Pfarrerin da, es war der Typ vom Ältestenbestattungsmuseum in Basel da, es waren die Obdachlosen da. Und es hat sich alles so gemischt und es haben alle miteinander geredet. Und es war ein extrem schönes Erlebnis auch. Und da sieht man dann nämlich auch, was die Unterschiede sind bei den Obdachlosen. Also man merkt, sie sind einfach viel näher dran. Und es sterben auch circa 10 Personen, von denen, die sie betreuen im Jahr in Basel. Zürich waren auch welche da, die haben auch das Gleiche gesagt. Sie wissen ganz genau, was sie wollen, aber sie haben ganz oft niemanden, dem sie es sagen können. Und dann hat man halt auf der anderen Seite die Wohlstandsgesellschaft sozusagen, die sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt hat. Vielleicht jemanden hätte, dem sie es erzählen können, aber gar nicht wissen, was sie überhaupt wollen. Also es war ganz spannend. Ja, und was das Schöne ist, also eigentlich, es wird immer so viel gelacht. Also es wird genauso geweint oder so, aber im Prinzip eigentlich wird es immer lustig. Also weil wir dann von diesen Traurigen auch oft in diese schönen Geschichten kommen. Was macht das Leben aus? Und schöne Geschichten von den Verstorbenen oder so erzählt werden, lustige Geschichten. Und das finde ich auch schön. Und dass sich auch die Leute dann untereinander auch dann oft beraten. Und das finde ich auch sehr schön. Also da kommt halt jemand hin, der stellt eine Frage, der andere hört zu, sagt, naja, da weiß ich was. Und ich könnte ihnen da den Tipp geben. Und dann tauschen die halt Telefonnummern aus oder eben Kärtchen oder Buchtipps oder alles mögliche, Musiktipps. Also es ist wirklich voll schön. Ja, und ein Schnäpschen gibt es meistens auch an unserer Bar. Das muss man auch sagen. Das ist, dass für eine Bar gehört, ne? Ja, genau. Ich habe eben auch gerade noch mal gedacht, also ich gehe jetzt nicht so oft in eine Bar, aber was man ja so immer wieder hört, ist, dass ja Leute, wenn sie alleine in eine Kneipe gehen, da sitzen sie an der Bar und der Barkeeper ist oft ja auch so ein kleiner Seelenklempner. Ja, genau. Und so war eigentlich meine Grundidee auch wirklich von der Bar, weil ich mir dachte, naja, das hört man ja immer so, muss ja funktionieren. Und das funktioniert wirklich. Ja, die Leute kommen, die kennen uns ja wirklich nicht und die fangen an und gehen wirklich sofort in die Tiefe. Also wirklich in die Tiefe. Also schön in die Tiefe. Also die jammern ja nicht, sondern die erzählen halt einfach nur. Und dann kriegen wir auch oft die Rückmeldung, wenn wir im öffentlichen Raum halt ein paar Tage stehen, halt in der gleichen Stadt, dass die dann noch mal kommen und sich dann bedanken, dass ihnen das Gespräch so gut getan hat, dass mal jemanden erzählen zu können, dass jemand zugehört hat. Und das finde ich dann auch immer sehr schön. Das war auch so lustig, wenn du das jetzt mit der Bar gesagt hast. Ich habe mal mit einer Freundin geredet, die haben einen Kulturverein, machen ganz viele Konzerte und betreiben dort halt auch eine Bar. Und die meinte dann auch zu mir, ja, aber wenn ihr so zuhört und so, da bekommt man ja manchmal auch schwere Geschichten zu hören oder so was. Oder braucht vielleicht auch manchmal Geduld oder die richtigen Fragen. Und ich gucke sie so an und meinte so, ja, wie bei euch, wenn da war, oder? Ja, jetzt, wo das noch bin ich. Klasse, ja, klasse. Ja, ich habe eben doch mal gedacht, ihr seid jetzt ja Bestatter und ihr habt ja eine Einrichtung, sprich Räume, zu denen man kommen kann. Also das ist dann geschlossener Raum. Und die Sagbar steht ja draußen. Das ist ja immer, wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, aber im öffentlichen Raum, dass man die auf dem Friedhof sieht oder ich weiß nicht, wo ihr sonst damit auch steht. Und ich habe gerade gedacht, das ist ja wahrscheinlich genau der spezielle Charme von der Sache, dass man das sieht, neugierig wird und weiß, man kann kurz sprechen, man kann auch schnell wieder weggehen. Das ist ja anders, als wenn man bei euch dann einen Termin macht und dann zum Gespräch kommt. Das hat ja so was Festes, eher eine vorgegebene Struktur. Und da kann man kommen, kann das sagen, kann nur zuhören, kann gleich wieder gehen. Das ist wahrscheinlich das, was es gerade so einladend macht, oder? Ja, das glaube ich auch. Also das glaube ich auch. Einfach dieses so Niederschwellige, wie ich immer sage, einfach so. Man kann, man muss nicht, ja. Und ich glaube auch, wenn man kann vorbeigehen, also in Basel war auch ein Mann, der ist vier Tage um die Bar rumgeschlichen. Und am letzten Tag hat er sich hergetraut. Und das ist eben genau das. Also, dass das eben, das finde ich auch das Schöne. Ja, viele gehen halt vielleicht nur kurz vorbeilassen, einen Kommentar ab, ja. Also, oder andere kommen bewusst, ja, oder fragen, was ist denn das? Was macht denn ihr da? Genau. Manchmal war es auch so, dass sie glauben, wir sind eine Sekte oder irgendwas. Aber es wird dann schnell aufgeklärt. Die meisten, also eigentlich kann man sagen, zu 99 Prozent finden es gut und sagen dann auch immer weiter so. Aber man merkt auch die Fragen, was die Leute haben, eben genauso zur Bestattung. Was gibt es denn für Einrichtungen? Was kann ich denn tun? Also, dieser Bedarf auch. Also, eigentlich, sie hätten die Fragen, trauen sich vielleicht teilweise nicht, irgendwo hinzugehen oder wo anzurufen. Und da ist halt dann so was im öffentlichen Raum halt gut. Ich kann meine Frage schnell stellen und kann dann wieder weitergehen und kann mich dann zu Hause in Ruhe dann drum kümmern. Und ich habe eben aus seiner Aussage entnommen, ihr steht da durchaus auch länger. Also, nicht nur für zwei, drei Stunden oder einen Tag, sondern durchaus auch ein paar Tage hintereinander. Genau, also verschieden. Wir waren auch projektabhängig. So wie in Basel waren wir vier Tage im öffentlichen Raum. Das war total schön. Dann Schleswig waren wir auch drei Tage. Dann Lübeck auch waren wir zweimal im öffentlichen Raum. Das ist auch gut, weil manche eben vielleicht, die trauen sich eben, wie gesagt, am ersten Tag nicht hin oder sehen es und kommen dann nochmal. Liebstes Beispiel ist noch, wir waren mal bei einer Hospiz-Tagung auch eingeladen. Und da standen wir halt zweieinhalb Tage eigentlich durchgehend. Also eigentlich sollten wir immer nur so zwischendurch stehen, aber und am Anfang war es sehr skeptisch, wer der Büchertisch war, wegen uns halt nicht mehr da. Und da wurde gefragt, wo man jetzt die Bücher herkriegt und ob das denn geht und keine Ahnung. Und die Leute sind so sehr skeptisch an die Sagbar, so langsam immer vorbeigeschlichen. Und am letzten Tag, wir waren fast durchgehend an der Sagbar. Wir waren sogar in der Mittagspause, wurden wir aus der Mittagspause gerufen, weil irgendjemand irgendwas wollte von der Sagbar. Abends, wenn wir schlafen gehen wollten, sind alle Leute nochmal hängen geblieben auf dem Absacker an der Sagbar. Der Büchertisch kann eh kommen, aber Hauptsache die Sagbar kommt auch wieder. Und wir sind wieder eingeladen worden. Da kriegt der Absacker an der Sagbar ja auch nochmal eine Bedeutung. Aber das war ja auch so schön zu beobachten, weil da gab es immer so gemeinsames Abendessen und dann die Ersten, die skeptisch waren am ersten Tag und dann kamen sie nach dem Abendessen so, naja, jetzt haben alle an unserem Tisch, haben jetzt irgendwie Sagbar gesprochen. Jetzt wollen wir hier auch mal hingehen und mal gucken, was hier wirklich so abgeht. Aber den liebsten Spruch mag ich ja dann immer. Also ich muss wirklich sagen, der ganze Schnaps war weggetrunken. Und dann bei der Spruch war immer der, eigentlich trinke ich ja nicht, aber ein Gläschen geht schon. Auch herrlich. Das ist immer so schön. Ihr habt jetzt schon verschiedene Standorte, so gesagt, bei Tagungen oder ich glaube auch beim Tag des Friedhofs, solche Geschichten glaube ich auch. Man kann euch einladen. Man kann euch zuerst einladen. Genau, aber jetzt zum Beispiel. Sehr gerne. Ja, genau, sehr gerne. Also wenn jemand will, wir finden immer eine Lösung. Wir waren für einzelne Hospizabende oder jetzt zum Beispiel sind wir in Bayern für einen Tag der offenen Türen in einem Hospiz eingeladen. Also jeder, die Leute denken sich doch immer eigene Ideen aus, was sie machen könnten mit der Sagbar. Das stimmt. Genau. Aber wir kommen immer mit unserer Bar, bauen die auf und dann geht es schon los. Ja, ihr seid ja sehr mobil. Ihr habt ja so eindrücklich mal beschrieben. Vielleicht könnt ihr das unseren HörerInnen ja auch noch erzählen. Und ich fand das so amüsant, wie ihr erzählt habt, wie ihr die Sagbar in euer Wohnmobil reinbastelt. Ja, das ist wirklich Millimeterarbeit. Ja, also der Bus wurde dann angeschafft, weil wir ja ein Auto brauchten, um die Sagbar zu transportieren. Also er war schon so leicht ausgebaut, sage ich mal. Also es war isoliert und es waren Lattenroste drin, die lagen aber halt nur kreuz und quer. Und wir haben uns das dann so gebaut, dass wir rechts und links über den Radkappen quasi Regale haben und die Lattenroste mit Klappfüßen so hoch angebracht war, dass die Sagbar exakt mit ihren Rollen drunter packen. Und sogar im Bus, wenn sie im Bus ist, geht die Klappe innen auf, sodass wir sie von innen dann beladen können. Wer ganz voll einzuladen ist, echt herausfordernd, nur zu zweit. Und das haben wir dann irgendwann aufgegeben. Aber ja, das passt alles perfekt. Und dann habt ihr auf der Sagbar eine diege Fläche, auf der ihr dann schlafen könnt. Ja, theoretisch. Wir schlafen über den Sarg. Ja, das stimmt. Ich schlafe über den Sarg, aber es stimmt. Ja, das ist was, was ich auch trauen muss. Da hätten manche schon wieder Schwierigkeiten, weil sie denken, oh, vielleicht das Zeichen, morgen sterbe ich. Nee, ich sage immer, wenn sie uns noch sehen, dann ist ja alles noch gut. Ja, ich habe das gerade so salopp gesagt, aber ich habe da schon von Menschen mitbekommen, dass sie wirklich Sorge haben, darüber zu sprechen, weil sie Angst haben, als würden sie den Turm damit rufen. Ja, nee, also ich glaube nicht. Ich glaube, man ruft eher das Leben dann. Ja, wenn man es so sehen kann, das ist ja das, was eure Absicht ja auch ist, dann hat man gewonnen. Es gibt doch diesen schönen Spruch, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, wer weiß das schon. Aber wir wissen auf jeden Fall, es gibt ein Leben vor dem Tod. Ja, genau, das stimmt. Das stimmt. Ach, herrlich. Ja, und dann habt ihr auch erzählt, das fände ich auch schön, wenn ihr davon nochmal berichtet, wenn ihr mit dem Wohnmobil unterwegs seid. Ihr habt ja dieses schöne Logo von eurem selbst kreierten Tod, diese Figur, die hat ja einen bestimmten Namen. Vielleicht mögt ihr die noch beschreiben, weil man kann es ja nicht sehen jetzt. Ja, genau. Also das ist der Taxidi, also sein Skelett mit Hut und Clowns Nase, war mir sehr wichtig. Und ich habe ihn Taxidi getauft, weil ich bin großer Griechenland-Fan und Taxidi heißt Reisen auf Griechisch. Ja, und für mich, also oder für uns beide sind mittlerweile der Tod halt ein Reisender. Und ich denke mir immer, ja, warum soll der Tod nicht humorvoll sein? Also ich denke mir, ich glaube, der Tod hat viel Humor. Ich glaube, der lacht sehr oft über uns. Naja, er ist ja sowieso da. Also es ist ja eh. Und eben, dann kann ich ja noch im Leben recht viel lachen. Dann holt er mich mit Clowns Nase ab. Genau, aber du wolltest gerade noch eine Frage. Ach so, wenn wir mit dem Bus unterwegs sind. Genau, außen drauf steht auch Deft Positiv drauf. Es ist ganz lustig. Manchmal stehen wir im Stau und du siehst, wie die Leute so langsam vorbei rollen. Dann siehst du so die Köpfe an der Schrift hängen bleiben. Dann schicken sie das Handy und fangen an zu googeln. Ja, oder wie einer hat uns mal dann auch eben überholt und hat dann, jetzt sage ich, jetzt haben wir gerade eine Nachricht gekriegt. Der hat uns gerade auf der Autobahn überholt und der findet es einfach mega, was wir hier machen und wir sollen so weitermachen. Und das Thema ist so wichtig. Eine andere Dame, die hat uns angeschrieben, wir gingen gerade mit den Hunden in den Gassi auf der Raststation und schaue auf das Handy, sage ich, du, da steht jemand bei uns im Bus und will jetzt das Spiel kaufen. Die haben wir eingepackt, sie hat gegoogelt, was das ist, dachte sich, ach wie cool, hat gefragt, ob wir ein Spiel mit haben und dann, genau, es ist so. Es passieren total skurrile Sachen, weil wir waren ja in Kroatien schon damit und eines von den Plakaten, also die wir bei Svdart in Vergänglichkeit hatten, das ist auch unser Sonnensäge und es war ein FKK-Strand und wir sitzen halt wirklicherweise nackt bei unserem Bus rum, kommt eine andere nackte Dame und sagt vorbei, oh, das ist ja schön, dass ich euch jetzt treffe, kann ich mal ein bisschen mich darüber austauschen, was mit meiner Mama passiert, wenn die mal stört? Sie hat auch eigentlich ein Jahr vorher, ihre Mama war im Heim schon und hat halt auch gemeint, sie will, dass sie das jetzt mal hier besprechen. Dann saßen wir halt da in der Sonne, nackt mit Kaffee und allem drum und dran, haben halt das besprochen, was sie machen könnte. Die kam auch aus dem Bundesland, wo wir hier sind, eben zufälligerweise, also sie wohnt woanders, aber die Mama, ja und so sind wir in Kontakt geblieben und genau, dieses Jahr ist die Mama dann verstorben und bei der Rede natürlich haben wir das erwähnt, natürlich, weil sie gerade unbedingt erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Wie ihr nackt am Strand gesessen? Ja, also das habe ich ausgelassen, ich habe gesagt, wir haben uns nur in Kroatien getroffen. Aber ich finde, genau so war es da auch so eine Begleitung halt, weil da war auch, sie hat halt alles schon geklärt und wir haben zweimal dazwischen, war sie bei uns dann noch und haben wir halt nochmal Details besprochen, manchmal ändert sich auch was, weil sie hatte auch am Anfang ganz andere Vorstellungen, wo wir dann auch halt festgestellt haben, okay, sie hat ja auch noch Verwandtschaft, auf die man vielleicht auch ein bisschen Rücksicht nehmen sollte, genau und ich glaube, wir haben dann einen schönen Weg gefunden und war wirklich eine sehr schöne Verabschiedung. Aber diese Begegnung machen es einfach auch so fändig, wenn du dir dann plötzlich so nackt gegenüberstehst und fragst jemand, ach, können wir mal kurz über die Tod von meiner Mama sprechen? Ja, klar, warum bin ich jetzt? Ja, am Ende sind wir alle nackt, ne? Ja, genau, das stimmt. Das passt ja irgendwie auch schon wieder, ne? Obwohl man natürlich auch schön eingekleidet wird, klar, die letzte Kleidung. Ja, ja. Ja, das ist schon verrückt. Ja, interessant. Toll, eure Geschichten sind klasse. Wahrscheinlich könnten wir noch Stunden weiter plaudern. Oh ja, das glaube ich auch. Ich würde jetzt gerne so, es ist ja der Podcast die Kraft des Lachens, wir haben jetzt auch schon total viel gelacht, trotz dieses schweren Themas. Das ist ja auch genau unsere Absicht, dass es diese heitere Seite bekommt. Und ich würde jetzt gerne euch und die HörerInnen noch zu einem kleinen Lach-Yoga-Blog einladen. Also, ich habe es jetzt auch extra so gemacht, nicht zwischendrin. Ich fand es jetzt bei unserem Gespräch besser, dass das Gespräch für sich erst mal so ist und jetzt die Übung wie so ein kleiner Block. Und danach würde ich gerne noch ein paar Sachen weiter fragen. Aber ja, jetzt einmal so ein Übungsblock. Seid ihr dabei? Gerne. Dann laden wir die HörerInnen auch dazu ein. Und wir fangen mit einer Atmung an. So, zu Tod und Sterben gehören ja auch die Engel. Die gehören ja da auf jeden Fall auch dazu. Und wir wollen ja da gerne vielleicht als Engel im Himmel sein. Hahaha. Und ich liebe so diese Engelsflügel-Atmung, dass wir uns vorstellen, unsere Arme sind Flügel. Dann kommt so ein kleiner Windhauch, pustet unter den rechten Arm und dabei hebt er sich ganz sanft, eben wie ein Flügel. Und dabei atmen wir ein. Also ein Windhauch unter den Arm. Einatmen, da geht ganz leicht hoch der Arm und ganz sanft sinkt er beim Ausatmen wieder runter. Dann kommt ein Windhauch unter den anderen Arm. Einatmen, sanft der Arm nach oben. Wieder ausatmen, wieder der andere Arm wie ein sanfter Flügel. Einatmen, hebt sich der Arm und wieder absenken. Ah. Der andere Arm auch noch einmal. Windhauch unter den Arm. Einatmen, der Engelsflügel geht hoch und ah. Wieder runter. Hahaha. Aber beide Arme gleichzeitig. Ah. Und dann können wir davonfliegen. Ah. Ganz sanft. Hahaha. Die Übung kann man wunderbar auch in der Fortbewegung machen oder in einer Gruppe, dass alle dann engelsgleich durch den Raum schweben. Das ist eine ganz schöne, zarte, leichte Übung. Und ah. Trotzdem, ich weiß nicht, ob ihr es auch merkt, die Atmung wird tiefer und intensiver. Dann möchte ich mit euch einen Koffer packen. Fritz Roth, ein Bestatter, mittlerweile ja auch verstorben, hat ja diese Idee entwickelt, den letzten Koffer packen. Was packe ich in meinen letzten Koffer? Ich habe auch Menschen kennengelernt, die diese Übung gemacht haben. Fand das ganz spannend, was dann so jeder reinpackt. Und da kann man ja auch so ein kleines Spiel draus machen. Also ich würde euch dazu jetzt einladen. Euch kann ich ja direkt ansprechen. Das ist dann wie so ein Memory. Ich würde in meinen Koffer ein Fotoalbum packen. Also Koffer auf, Fotoalbum rein. Hahaha. Und dann seid ihr dran. Was packt ihr ein? Also ich packe in meinen Koffer, ich weiß, das ist sehr abstrakt, aber da packe ich auf jeden Fall Liebe rein. Ah, gut. Also kannst du jetzt sagen, ich packe in meinen Koffer ein Fotoalbum, hahaha, und Liebe rein, hahaha. Und wir gehen dann da mit, okay? Ich packe in meinen Koffer ein Fotoalbum, ja. Und Liebe. Hahaha. Und weiter geht's. Okay. Ich packe in meinem Koffer ein Fotoalbum. Hahaha. Dann. Hahaha. Dann Liebe. Hahaha. Ja, und dann noch meine ganze Arien-Platten-Sammlung. Hahaha. Die ganze Plattensammlung. Hahaha. Super. Dann schicken wir einen sehr gut, sehr gut, yeah. Sehr gut, sehr gut, ja. Super. Das könnte man natürlich, wenn man in einer Gruppe ist, dann noch erweitern. Weiter, ja. Und man könnte das an der Sargbau auch mal machen, was packt ihr? Oh, das ist eine gute Idee. Hahaha. Hahaha. Oder auch, was packt man in den Sarg, ne? Auch das darf man ja, ne? Ja, stimmt. Gerade bei dem Fritz Roth gibt's die Geschichte, da haben dann die ganzen Kinder und Verwandten so viel reingepackt, auch noch ein Bier, der kommt ja aus Köln, aus so ein kleines Kölsch und so, oder irgendwelche Tierchen von den Enkeln, dass der sehr kaum noch zuging. Hahaha. 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 Ja, dann wollte ich gerne mit euch das Mikrowellenlachen machen. Man kann auch das Eieruhr oder das Weckerlachen machen. Alles, wo es so rückwärts geht. Unsere Uhr läuft ja ab, aber auch die Lebensuhr läuft ja ab. Man kann auch rückwärts parken, da geht das dieses Piep, 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 kommt auch da rein. Hahaha. Also so als Übung, das was rückwärts läuft und dann das Finale da ist. Wir machen es einfach mal am Beispiel der Mikrowelle. Da zähle ich von zehn rückwärts. Wenn es dann null ist, dann piepen wir wie verrückt. Oder es kann ja auch eine Eieruhr, eine Mikrowelle sein, die einen anderen Ton macht. Guckt mal, welche Mikrowellen Ton ihr dann habt. Also ich zähle mal den Countdown. Die HörerInnen lade ich da auch zu ein. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Das könnte man dann nochmal machen mit einem anderen Ton. Ihr könnt euch ja mal einen anderen Ton ausdenken. Ich zähle mal vor und dann bin ich überrascht, was für ein Ton dann kommt. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und null. Das gefällt mir. Ja, super. So könnte man das dann halt auch mit Leuten machen, als Spaß, als Spiel, so dieses Rückwärtslaufen und dann aber das Finale dann freudig feiern. Mark Twain hat einen schönen Text geschrieben, zu dem können wir auch gleich eine Übung machen. Der Text geht so. Zerre deine Gedanken weg von deinen Sorgen. An den Ohren, in Füßen oder sonst auf eine Art, die dir recht ist. Das ist das Gesündeste, was ein Körper tun kann. Ich finde das genial. Zerre deine Gedanken weg von deinen Sorgen, an den Ohren, in Füßen oder sonst auf eine Art, die dir recht ist. Das ist das Gesündeste, was ein Körper tun kann. Uns von den Sorgen befreien. Eine Gedanken ist ja grundsätzlich ja nichts Schlechtes, auch wenn wir manchmal ein bisschen viel denken, aber dieses Sorgenkarussell. Da gibt es ja beim Lach-Yoga die tollen Übungen wie die Mentalseite, das Gehirnreinigen und, und, und. Aber eine neue Übung, Gedanken von Sorgen zerren. Stellt euch vor, wir packen uns an den Ohren. Hörerinnen können auch wieder mitmachen. Wir packen uns an den Ohren, ziehen die Ohren ganz weit, strecken die Zunge raus und machen... Super. Und dann streichen wir die Ohren aus, die wären dann auch ganz warm, als würden wir alles abzupfen, was wir da immer hören, was uns zu viel Sorgen macht. Ah, von den Ohren abzupfen, ah, weg damit. Dann hat Mark Twain ja noch die Füße gesagt. Also wir rupfen von den Füßen, die Sorgen, dass wir uns immer fragen, Mensch, wo soll es denn hingehen, was soll wir machen, welcher Weg ist der richtige? Zupf und Zupf und Zupf und dann lachen wir. Ja, so könnten wir uns ja durch den ganzen Körper zupfen. Jeder kann ja gucken, Mensch, wo ist denn bei mir immer so das Sorgenkarussell so am stärksten? Der eine merkt es mehr in der Herzgegend, der andere merkt es mehr im Magen. Na, da könnte man gucken, wo kann ich es denn wegzupfen und mich dann freuen, dass ich es von dem Körper weggenommen habe. Und der Körper kann genesen. Dann gibt es eine Übung, ein lachendes und ein weinendes Auge. Das ist ja auch das, was ihr der Sagbar erlebt. Das Weinen, das Lachen, mal so, mal so. Es kann total schnell wechseln oder gleichzeitig sein. Die Übung ist so, dass wir uns das linke Auge mal als erstes zuhalten und das rechte Auge lacht. Dann halten wir uns das rechte Auge zu, das linke weint. Und dann lacht das linke Auge. Dann halten wir uns das linke Auge zu, das rechte weint. Und dann lacht das rechte Auge. Dem ähnlich ist das Jammerlachen. Das Jammerlachen ist ein super Training, dass wir im Jammern nicht hängen bleiben. Jammern ist ja sehr wohltuend und befreiend. Das kann ja richtig genussvoll sein. Blöd wird es bloß, wenn man aus dem Jammern nicht rauskommt. Also jammern wir richtig, was das Zeug hält, wie die Klageweiber, die es ja auch gibt. So richtig zur Erde gewandt. Und dann nach oben darf man die Arme hoch und lachen im Wechsel. Also erst mal jammern, was das Zeug hält. Und lachen. Und noch mal jammern. Und lachen. Ach, herrlich. Auch eine schöne Wechselübung. Ich habe das das Kotztütenlachen getauft. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Schiffstour gehabt. Und da, ich bin so schnell seekrank. Und das war furchtbar. Ich habe nur gekotzt. Und da hat mir immer freundlicherweise jemand, ich habe nur die Hände gesehen, immer die nächste Kotztüte gereicht. Aber die Tüte stand drauf. Take it with a smile. Das habe ich immer gelesen. Ich habe gedacht, wie cool ist das denn? Ja, ich habe einen take it with a smile. Das war dann sowieso etwas Freundliches dabei. Und dann habe ich gedacht, ja, der Trauer ist einem ja manchmal ganz schön kotzelend. Manchmal ist es einfach nur zum Kotzen. Und wenn man sich ausgekotzt hat, dann kann man sich aber wieder frei fühlen. Ihr habt heute schon das Museum erwähnt in Zürich, das in, na, wie heißt es? In Pfeffikon, das Kulturzentrum. Genau, in Pfeffikon, das Kulturzentrum. Und zwar habe ich da letztes Jahr die Humorausstellung gesehen. Ah, ja, genau. Die war nach der Todausstellung. Ja, das ist eine tolle Reihenfolge auch wieder, ne? Genau, finde ich auch. Und da waren drei Züricher Künstlerinnen, kotzt dich frei mit Mikri 3, so hieß das Kunstprojekt. Kann man googeln, ist cool. Das sieht aus wie ein Kotzstrahl. Und dann war da ein Eimer davor. Und man konnte sich dann auch so positionieren. Das wird ja gern fotografiert zum Posten. Man konnte sich dann so nah an diesen Kotzstrahlen mit dem Mund bewegen, dass man so aussah, als ob man selber kotzt. Und dann habe ich gedacht, ey, was hat das denn in einer Humorausstellung zu suchen? Und dann habe ich gedacht, ja klar, manchmal muss man sich erst mal frei kotzen. Oder so viel heulen oder wie auch immer, dass wieder überhaupt Platz ist für was anderes. Ja, und deshalb das Kotztütenlachen und das passt auch da sehr gut. Stellt euch vor, ihr kriegt eine Kotztüte gereicht und dann. Ja, und dann ist es so eine Sache. Manchmal ist Reden gut, manchmal ist Schweigen besser. Man weiß es nicht. Ein Gefühl dafür entwickeln ist gut. Manchmal ist es gut, jemandem nur zuzuhören, wenn er über Tod und Sterben und seine Ängste und Sorgen redet. Manchmal ist es besser, man sagt was dazu. Da ist das Reißverschlusslachen sehr schön. Stellt euch vor, wir haben zwischen den Lippen einen Reißverschluss. Und den können wir aufmachen. Und wieder zumachen. Da kann man dann auch wieder mit rumspielen, ob man dann Zyperisch spricht oder da klemmt vielleicht auch mal der Reißverschluss. Und als letzte Übung möchte ich gerne noch die Übung machen über den eigenen Schatten springen. Das haben wir ja jetzt in dem Gespräch ja mehrfach auch erwähnt. Wie schwierig es sich manchmal gestaltet zu sagen, ich mache es anders oder ich will mich jetzt mal trauen. Oder das klemmt irgendwie, wie mache ich es denn? Über den eigenen Schatten springen. Da kann man durch den Raum laufen und immer wieder wohlhaft über den Schatten springen. Wenn man es draußen macht, das liebe ich sehr, draußen zu lachen bei Sonnenschein. Dann kann man wirklich konkret versuchen, über diesen Schatten zu springen. Das Irre ist ja, der Schatten bleibt ja immer bei uns. Das ist ja fast gar nicht möglich. Es bleibt also eine Symbolhandlung und machen das mal mit einem Lachen, dass wir vorstellen, ich springe über meinen Schatten. Nicht ein Herz fassen und über den eigenen Schatten springen. Ach, ich habe eben gesagt als letzte Übung, aber ich mache noch eine ganz allerletzte. Weil das ist die wichtigste. Wir nehmen den Zeigefinger, das ist der Lachfinger. Tippen wir auf unser Brustbein in die Mitte des Brustbeins. Das ist immer das Symbol für uns selber. Und lachen wir über uns selber, was wir uns alles wagen und trauen, wo andere sagen, wie kann man nur. Das ist eine ganz wichtige Haltung, über uns selber lachen können. Das stimmt. Einfach verschnaufen. Wir haben mit dieser Übung auf jeden Fall auch unsere Hunde angezogen. Die waren sehr irritiert, was wir hier machen und haben sich jetzt direkt auf uns draufgelegt. Auch eine interessante Reaktion. Ja, vielleicht brauchen sie die Lachvibration oder so. Hunde haben da auch ein ganz feines Gefühl dafür. Eine Freundin von mir, die hatte einen Hund, der ist leider mittlerweile verstorben, die Emma. Und wir haben gesagt, unser Lachhund, die war ein paar Mal dabei, wenn wir gelacht haben. Und einmal, das war sensationell, da standen wir zum Schluss im Kreis. Und der Hund ist wirklich im Kreis von einem zum anderen gegangen, immer kurz angehalten, mit dem Schwanz gewedelt, als würde sie sich von jedem verabschieden. Das war wirklich, das ist auch irre, das fand ich damals auch sensationell. Ja, total. Ja, die viele sind da echt hier. Ja, sie haben uns jetzt auch so angeguckt, so wie, was macht ihr hier? Geht euch gut? Aber haben nicht geknurrt, haben schon gemerkt, dass es gut ist. Ne, 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 sie haben Spaß. Ja, eine meiner Lieblingsfragen zum Schluss einer Podcast-Folge. Was bedeutet für euch persönlich Lachen, Witz und Humor? Also ich kann sagen, mir ist es total wichtig, weil ich finde, das ist eine der, also für mich wichtigsten Resilienzen, wenn es mir nicht so gut geht. Es gibt nichts Schöneres, wenn man heute eine Freundenschaft ist oder man selber auch, es geht ja auch, irgendeinen blöden Witz zu machen oder irgendeine ironische, trockene Bemerkung. Und man kann direkt vom Wein gleich wieder ins Lachen fahren. Das ist so schön. Ja, das ist auch toll. Das ist manchmal ein großes Geschenk, ne? Ja, ein sehr großes, finde ich. Ja, schön. Ja, ich lache ja auch immer total viel gerne. Und, also ich weiß jetzt gar nichts so tragendes, wie Nicole das jetzt gesagt hat. Aber wenn wir nochmal zur Aufstellung zurückgehen, ich finde schon, also ich möchte ja gerne das Lachen der Mensch in Erinnerung behalten werden. Und deswegen finde ich Lachen sehr wichtig. Ich finde ja, also heute auch, ich finde Menschen, die lächeln einfach so schön, weil heute, als ich mit dem Hund spazieren gegangen bin und es hat geregnet und wir sind drei Menschen entgegengekommen und die haben alle drei gelächelt. Und das finde ich immer sehr schön. Also so einfach lächelnde Menschen zu sehen, weil da muss man auch gleich lächeln. Das ist wohltuend, ne? Ja, genau. Das finde ich schön. Ja, es war auch so schön. Ich glaube, auf der ersten Messe Leben und Tod haben wir von unseren Standnachbarn das Feedback bekommen. Danke, dass wir euch zwei Tage haben Lachen hören. Ah, cool. Und das an der Sagbar, das will was heißen. Ja, genau, ja. Das stimmt, das ist schön. Ja, das zeigt nochmal so deutlich, Leben und Tod, wie das so nebeneinander ist, wie das zusammengehört. Ah, klasse. Sehr schön, sehr schön. Ja, mir ist jetzt gerade noch eingefallen. Mich haben ja früher immer alle gefragt, wie geht ein Tod und Humor zusammen? Also ich finde, da geht total gut zusammen. Also was wir jetzt gerade bewiesen haben bei dieser Session hier, bei dieser Broadcast-Session. Also ich finde, das passt perfekt zusammen. Ja, und ich glaube, wenn man mehr über auch die Eigenendlichkeit nachdenkt, dann nimmt man sich selber gar nicht mehr so ernst, sondern dann kann man auch mal mehr drüber lachen, weil es eigentlich eh egal ist. Weil am Ende erwartet uns alle das Gleiche, also können wir so ein paar auch in vollen Zügen genießen. Ja, genau, da passt das zusammen. Ja, gehe ich ganz konform. Das empfiehlt sich, das wirklich mehr zu pflegen, damit wir es uns einfach ein bisschen leichter machen. Ja, Leichtigkeit ist auch noch sehr schön. Ja, stimmt, Leichtigkeit. Genau, das bringt es uns letztendlich in dieser Schwere, dass uns das ein bisschen die Leichtigkeit bringt. Ah, schön, ja super, vielen Dank. Ja, und ich meine, ihr habt schon ganz viel gesagt, manchmal erledigt sich die Frage, ich frage es trotzdem. Was ist eure Botschaft? Ja, du darfst gerne. Na, unsere Botschaft ist eigentlich eben viel Lachen im Leben, aber sich halt auch mit dem Thema Tod sich zu beschäftigen und das zwischendurch einfach. Also immer so, wenn es sich halt ergibt und dass man halt einfach mal auch drüber lacht einfach. Oh ja, ich habe einmal gelesen, eigentlich sollten wir uns alle so lange im Leben mit dem Tod beschäftigen, bis er uns keine Angst mehr macht. Und wir haben einmal in einem Workshop auch mit Leuten gespielt und haben so Todesbegriffe am Pantomimisch dargestellt. Und der hat zum Schluss gesagt, jetzt, wo wir eine halbe Stunde den Tod ein bisschen veralbert haben, finde ich ihn überhaupt nicht mehr so schlimm. Ja, cool, cool. Ja, genau, darum geht es ja ein ganzes Stück. Also ich finde es auch noch immer ein Stückchen, also ich habe mich auch schon viel damit beschäftigt, es gibt immer noch so einen Rest unheimlich, weil ich denke, oh, was bedeutet das so ganz am Ende? Und man geht alleine und wo geht es hin? Auf einmal ist die Reisebegleitung weg und ich denke nur, ah, jetzt geht es alleine weiter? Na, supi. Ja, doch, mit dem Tod an der Seite ganz alleine doch nicht. Stimmt. Da könnte man sich vielleicht mit ihm auch ganz gut stellen, ne? Dann hat man euren Tod. Taxidi. Taxidi. Dann hat man so ein Taxidi an der Hand, ne? Ja. Oder es gibt ja so einen, komm, der ist ja der Todi, ne? Dann hat man so ein Todi an der Hand. Das ist ja dann, ja, vielleicht braucht man noch so ein Bild auch. Ich liebe ja so Bilder, das hilft mir auch. Ja, das stimmt. Vielleicht ist das ja was, was man sich auch noch vorstellen kann, weil das ist ja das, was viel Angst macht. Dann gehe ich alleine, ne? Aber du, Silvia, darf ich nur kurz was sagen, weil ich finde, du hast auch gerade was Schönes gesagt mit dem Alleinereisen. Und das stimmt, ich habe auch 2013 angefangen, alleine zu reisen. Ich hätte mir das vorher nie getraut. Und ich glaube, das sollte auch jeder mal machen, weil alleine reisen macht ja, also kommen ja genau diese Ängste hoch, glaube ich auch. Man ist ganz alleine auf sich gestellt und man muss jetzt seine eigenen Entscheidungen treffen. Und also mir hat das damals auch sehr geholfen, auch zu mir zu finden und auch Ängste zu überwinden. Ja, eine gute Idee, eine gute Übung, kann man eigentlich sagen. Oder was mir eben auch eingefallen ist, ich kenne das auch von vielen, auch gerade besonders Frauen. Wir haben ja eben gesagt, an die Bar gehen, aber allein in eine Kneipe gehen, allein essen gehen, das machen viele nicht. Also besonders Frauen. Ich glaube, Männer sind da nochmal anders drauf. Allein an die Theke setzen ist, glaube ich, für einen Mann kein Thema. Für Frauen auch mittlerweile nicht mehr so. Aber ich kenne viele, die sagen, ach so alleine, ach nee, ach, da gucken die, warum sitzen die da jetzt alleine? Also das Thema allein, das ist, glaube ich, da auch nochmal durchaus was, was man da beleuchten kann. Bestimmt. Interessant. Guck, was man auch noch mit dem Gespräch so draufkommt. Ja, habt ihr noch irgendwas auf der Seele, auf der Zungenspitze, was ihr noch sagen wollt? Nicht, dass ich euch jetzt abbreche, sonst würde ich nämlich das Ende einläuten hier. Danke, Silvia, es hat voll Spaß gemacht. Ja, nee, das ist eben auch, genau. Nee, das wollte ich vielleicht noch sagen, auch bei Begräbnissen darf gelacht werden, wenn es passt. Und das tut gut. Ja, sehr schön. Ja, und dann würde ich euch doch gerne zum Schluss noch zum gemeinsamen Lachen einladen. Macht ihr mit? Ja, klaro. Und die Hörer und Hörerinnen laden wir auch dazu ein. Dann mal los. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr spannende, interessante, aufschlussreiche, inspirierende Gespräch. Und ich möchte euch sehr ermuntern, kräftig weiterzumachen. Ja, wir sagen danke und wir ermuntern dich auch weiterzumachen. Ja, auf jeden Fall. Es war genau, auch so viel zu lachen. Ja, genau. Ja, danke schön. Das ist das Gute, wenn man sich gegenseitig stärkt. Das stimmt. Ja, dann wünsche ich euch doch einen schönen Tag. Tschüss. Danke. Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen. Na ja. Ha 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 ha. Oh ho ho ho. Oh ho ho oh. Oh ho ho ho. Hallo. Diener schön. homeowners Heavenly Willw blessing. Untertitelung des ZDF, 2020